weißt du wie traurig meine mutter zu dieser zeit war wegen mir weil sie kein glück in mir gesehen hat weil sie mich nicht glücklich gesehen hat nun alles hat einen grund es hat einen grund warum du traurig bist es hat einen grund warum du glücklich bist es hat einen grund warum du abgefolgt ist es hat einen grund warum du depressiv bist du kannst menschen nicht mehr ändern aber du kannst dich selber ändern man kann auch nicht fliehen vor diesen jungen das ist es und ich wollte fliehen ich wollte fliehen wollte auch einfach aufhören ich wollte oft aufhören auch war ich so kurz davor so kurz wirklich so Untertitelung des ZDF, 2020